Am Morgen am 16. November lassen wir genau 200 Luftballons in den Himmel steigen. Wenn ihr einen findet, erwarten euch tolle Preise. Weihnachten steht an und das Ganze geht so. Ein Himmelluftballon ist eine Karte befestigt. Darauf steht, wie du zu deinem Gewinn kommst. Und je schneller du bist, desto grösser ist dein Gewinn. Haltet die Augen offen und alle weiteren Infos findet ihr auf Facebook. Good luck! Good luck!